Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen, Leute. Oh, meine Augen. Oh, leckt mich immer. Ich nehme euch heute mal mit wieder nach Kuse. Es wird mal wieder Zeit, einen kleinen Flock zu drehen. Puh, ich glaube, ich müsste niesen. Gut, ich würde sagen, wir hören uns in Kuse. Und ich würde sagen, haut rein. Wuh! So, Leute. Wir sind jetzt hier gleich in Kuse. Hier ist eine fette, lange Baustelle. Ja, Leute, genießt einfach jetzt das Video und ich wünsche euch viel Spaß. Ich habe ja noch ein Paket zum Abgeben, aber jetzt laufen wir erstmal in Kuse rein und ich wünsche euch natürlich viel Spaß bei dem Video. So, Leute, wir sind jetzt in Kuse angekommen. Ja, warte ich mal ganz kurz. Mal ein Schatten. So, also, wie gesagt, wir sind jetzt in Kuse angekommen. Genau, wir laufen jetzt offen. Cool. Genau, wir laufen jetzt offen. Wir sind durch die Stadt. Genau. Ups. Und, Leute, da ist mein Eisdiele. Die ist richtig gut, Leute. Kein Spaß. Und, Leute. Musik. 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 So Leute, kleines Update. Hier ist Hauswirtschaft Koch. Leute, eine Sache, das ist das geilste Restaurant ever. Da gibt es so geiles Essen. Nur weiter zu empfehlen im Pusel. Hier genau gegenüber von der Fahrschule. So, diesen Bereich kennt ihr ja, weil hier war ich glaube ich heute Morgen schon. Genau Leute, ich rede jetzt einfach gar nicht mehr. So Leute, das war jetzt so der kleine Blog. Ich hoffe euch hat es gefallen. Ja, bin ich mal wieder draußen gewesen. Ja, meine Tante ist auch da gewesen. Ja, ich wünsche euch was, bleibt gesund und wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Hau reiten! Hau reiten! Hau reiten! Hau reiten! Hau reiten! Ja, jesu! Ja, todas sich nur absurd sind. routes ist auch wie Onζ pu gehen. Vorschlägen auf. Ih dachte noch nicht.